Ja, schönen guten Morgen liebe Rantastik-Freunde. Ich mach mal Winke-Winke, man kann mich sehen. Ja, heute Morgen gestaltete sich das Ganze etwas anders als sonst. Es ist verdammt kalt geworden hier in den Gefilden rund ums Bergische Land. Ich muss mir gerade das Licht anmachen unter der Türe. So, es ist verdammt kalt geworden, wie gesagt. Und heute Morgen wollte ich ganz früh los, aber mein lieber Darm spielte da nicht mit und ich musste wieder hoch. Ja, dann habe ich eine zweite Runde gestartet und dann habe ich auch gemerkt, dass es draußen stellenweise sehr glatt ist, teilweise wirklich schon spiegelglatt ist. Kleine Pfützen irgendwo hergekommen sind. Was qualmt das da oben so? Mein Atem. Ja, und so sind es heute Morgen halt nur knapp 2,3 Kilometer geworden, weil ich mich dazu entschlossen habe, etwas früher zu starten zur Arbeit. Man weiß ja nie, wie es draußen auf der Straße aussieht und nicht, dass es danach Probleme gibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. In dem Sinne, bis dann, euer Dirk. Ciao.